Mit Naturparkführer Günter Vettori, Guida del Parco Naturale. Wir beginnen die Reise der Tiere mit einem vorsichtigen Reh, Il Capriolo. Gämsen im schönen Winterkleid, die mich gewittert haben. Camoschi in autunno. Ein Dreizehenspecht, der auf Futtersuche ist im Picchio Tridactylo. Das Schneehuhn, La Pernice Bianca. König der Lüfte, der Steinadler, L'Aquila Reale. Ein Murmeltier auf dem Wachbosten, una Marmotta come Sentinella. Und hier haben wir zwei Verspielte, due che stanno giocando. Und hier im Hochgebirge treffen wir auf die Mufflons. Die Muffloni in Alta Montagna. Und hier haben wir noch Gämsen. Ein einjähriges Jungtier mit der Mutter, Kamoschi, col piccolo e la mamma. Im In In Untertitelung des ZDF, 2020